und ich ja Ich habe eine Aale und habe kein Plan, was ich denn brauche. Wir müssen in C-Holton schreien. Jemand ist eingebrochen, um das Buch zu stellen, von dem sie gesprochen haben. Wir sollten uns in Holger sehen, Philipps Frau. Seid mir. Der Haus ist nahe der Stadt. Ich bin sicher, dass man da was machen müsse. Ich geh noch mal da rein. Okay, jetzt steck ich wirklich in der Tinte. Wenn ich wüsste, wofür ich die alle verwenden kann, wäre er mir wirklich sehr geholfen. Wenn ich wüsste, wofür ich die alle verwenden kann, wäre er mir wirklich sehr geholfen. Rose hat nichts müssen zu sagen. Das ist glaube ich aber weniger. Ich schmeiß sie gleich das ins Fenster hinein. Wollte auch nichts mehr machen. Ich geh jetzt da mal rein. Ich bin momentan überfordert. Ich habe wirklich keinen Plan, was ich machen muss. Ich bin momentan überfordert. Ich bin momentan überfordert. Eh, du hast dich geholfen. Ich bin momentan überfordert. Wenn du mitmachst, was du da bist, ist das öffentlich macht. Ich bin momentan überfordert. Du denkst, du bist mit mir zufrieden. Ich bin momentan überfordert. Du bist in der Weg, mit dem Haus. 5, 2, 1, 3, 5, 6 Ah, ok Ach, komm Ist ein bisschen kompliziert Wie sind das mit den Sprünge? 1, 2, ja, das kann ich jetzt nochmal von vorn machen Scheiße Ja, das will ich jetzt von vorn machen Kann man das nicht von vorn machen? Nein Boah, der Code war jetzt falsch, das wissen wir So, wir fangen jetzt bei 3 an Wir brauchen 5, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 Ca. 8 Sprünge Ok, es sind 2 Ah ja Du kannst nur 2, 3, 4 und 7 Sprünge machen Du kannst nicht mehr machen Ja, ich brauch kein Dings, das schaff ich schon So, ok, wieder von vorne Wir brauchen 5 Das heißt 1, 2, 3, 4 4 Sprünge zurück Und wenn das so ist, geht er noch Wir müssen das so machen 2 Sprünge nach vorne Das heißt, so Dann bauen wir 6 Da gibt es keine 1 Das ist 1, 2, 3 3 Sprünge nach vorne 6, dann 1, 2, 3, 4, 5 6 1, 2, 3, 4, 5 6, du kannst es nicht machen Ach, da ist ja noch eine 7 Nein, nein, nein Wie viele 1er gibt es hier? 1, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wie soll das gehen? Was brauche ich da jetzt weiter machen? Jetzt passt es dir vor nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6 Es gibt keine 6 Ich kriege Kopfwäsche schon langsam Wir haben das jetzt alles noch im Uhrzeigersinn gemacht Wir machen das jetzt Wir fangen jetzt wieder bei 5 an 1, 2, 3, 4 Wir sind 4 zurückgegangen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wir müssen zurück Das heißt, wir gehen jetzt so 4 zurück 1, 2, 3, 4 Wir sind nach vorne gegangen Das ist 1, 2 Wir machen das jetzt anders 1, 2, 3, wir gehen 3 zurück So Dann 6 1, 2, 3, 4 Dann 4 nach vorne Ich glaube, das haben wir schon mal gehabt Dann 2 zurück 2 zurück Dann 3 Noch Wenn ich jetzt 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 5 gibt es nicht 1, 2, 3, 4 Es gibt keine 5 Ja Es ist jetzt egal Okay Wieder von vorne Einmal machen wir es noch Und dann überspringen 1, 2, 3, 4 4 zurück Okay Dann gemalt nach vorne Ist auch egal Ach Ich überspringen es Ja Ich möchte das gerne überspringen Denn die Rätsel wird immer schwieriger Und ich bekomme Kopfe Oh Wir haben das Rätsel gelöst Wie ist das jetzt gegangen So Was bekommen wir jetzt da Schönes Ja In der vergangenen Woche Ist es zu einigen Inseln Angriffen gekommen Sämtliche Opfer starben Entweder schon während der Angriffe Oder kurz danach Sie Sie wiesen bis Mund am Hals auf Als hätten ein Tier Sie angefangen Leute Es ist ein Vampir Es ist ein Vampir Das sieht man ja Als hätte ein Tier Sie angefallen Und waren völlig blutleer Bisher wurde ja noch Kein Verdicht gefasst Aber die Bürger nennen Die Angriffe ein Vampir Ah ja da steht es Mehrere Zeugen haben berichtet Dass die kurz vor Oder nach Dattagen Ein Mann An Ort Der Umtat gesehen haben wollen Die Ermittlungen werden fortgesetzt Und ich hoffe Ihm einen nächsten Bericht Ertrangheitsbild zu können Leute Es ist ein Vampir Und fertig Ups Ja wir wünschen Wir haben hier jetzt ein Schießpulver Ich glaube wir müssen jetzt jemanden erschießen Wir haben oft menschliche Diener Diener mit Haut und Hand Geben sie voll unter Kontrolle stehen Für diese Diener sind die Wünsche ihrer Herren Wichtig als ihr eigenes Leben Und sie werden alles tun Die Herren zu schützen Oh wir kommen da nicht durch Ich bitte haben wir es eigentlich Ein paar Minuten mache ich nur Okay wir haben jetzt hier eine Taverne Oh das Ups Ich bin sicher Komm Pläts mit mir Cheer me up And if you beat me I'll give you the key You'll find a deck of cards at the bar Doch ein Scherz Du willst jetzt extra mit mir spielen Das sind mich aber jetzt noch mitnehmen Das sind so wichtige Dinge Die man eigentlich manchmal oft übersieht Das ist der Spirit Ich kann dieses Kartenspiel nicht spielen Weil ich komme nicht aus I'll thank you Okay Das ist meine Ich bin echt 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 Was ist das? Das wäre schwer. Ach das, das werde ich herausfinden. So, 1, 6, 3. Fünf. Das ist die Zahl. 4 ist 5. Die römischen Zahlen. Wie war das nochmal? Trottel, 7. 3, 2, 3. 4 und 6. 10. 1, 2, 3. 2, 4. 4, 5, 6, 5, 7, 8. 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10, 10. Ich habe nicht gehört, etwas Obst. Alter, da ist voll nur noch aufgeräumt. Wie es da aussieht. Oh, was haben wir da? Sieh, was ist das überhaupt? Machen wir mal weiter. Ja, das ist ein Dosenöffner. Ah, ein Schlüssel. Eine Axt. Tambourin. Und dann Korken. Das ist ein Dosenöffner. Das ist ein Dosenöffner. Das ist ein Dosenöffner.